Willkommen! Wiederum habe ich was Neues für Sie. Ein Stück, das zum ersten Mal auf der Messe so gezeigt worden ist. Vom berühmten Modell Musserring 2490, ein Chaiselong mit einer Armlehne, zwei verstellbaren Rücken in Top-Leader Z7395 Grafit. Das Besondere daran ist, die Chaiselong hat nur eine Armlehne. Das hat verschiedene Vorteile. Sie können hier dadurch natürlich Top liegen, wunderbar, ohne mehr Platz zu brauchen. Aber Sie haben trotzdem zwei, eins, zwei, tolle Hochlinz-Sitzkomfortplätze oder auch Relaxing-Plätze. Das tolle Long-Life-Leder in dieser gut zu kombinierenden Farbe Grafit kann sich harmonisch bei Ihnen in Ihr Wohnbild einfügen. Der Preis ist heiß, es ist ein Messestück, es wird nicht lange bei uns sein. Wird es dann bei Ihnen sein? Wir werden sehen. Dankeschön und Tschüss! Knapp-Knapp-Knapp!